Ich habe ihn nie kontrolliert, ihn immer machen lassen. So konnte er gedeihen. Mein ganzes Leben lang sehe ich schon weg. Hast du nicht gesehen, zu was er es gebracht hat? An welcher Stelle er heute fungiert? Er kann die halbe Stadt springen lassen. Wenn er Lauf sagt, dann laufen sie. Ohne sich zu fragen, ob es richtig oder falsch ist. Deswegen sage ich dir, ist Wegsehen so wichtig. Damit Recht und Ordnung in dieser Stadt herrschen kann. Ciao! Tschüss! Ciao!